das gelte der gesamte video f20 starrer aus und film den mann solchen ich nehme auch reingeredet aber ich habe sowieso nicht angekündigt ja ich nehme es wirklich auf ich habe auch so richtig geiler weißer screen willkommen zum server start auch von mir aber ja der es dauert wahrscheinlich noch zwei minuten aber wir können schon ein bisschen labern Prozent ich muss was sagen an meine Leute und so am wieso an deine Leute ist es und ich nehme doch gerade auf ja ich glaube ich wollte schon mal vorweg sagen dass sie jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen also ich bin ja so das wochenende in berlin da wird mich christian zitten und ja da werden dann keine videos kommen oder mir kommen videos also abonniert mich bei mir auch es fragt man nicht weil ich ich habe irgendwie wie lange noch eine Minute und vorbereitet da reingehen sagt man die Sekunden ich weiß ja gleich noch 30 Sekunden 30 Sekunden auch bevor ja das start der server ich drücke jetzt schon die ganze zeit der 5 drück auf die ganze zeit wie verrückt alter ich bin schneller wie wird man gerade irgendwie langsamer ja besonders bei mir lebt es dann erst mal so ewig und ich muss die gescheite gleich ist da wahrscheinlich so egal einfach klasse einloggen und dann nahm wer ganz schnell und okay ich möchte ich gleich ist es aber besser in den nächsten jetzt geht es gleich los um weiter ich will aufs Herzrasen hallo ein spannung kommst du uns mal 16 uhr 9 da jetzt ist es lade doch bei mir lebt es nicht ein das leben wieder speichern ja kommen eben ein scheiß das internet verkackt doch wieder ich bin drin ich bin 32 er wolle ja ich kann es lassen so ein so gleiches annehmen bei mir der herrn ja und er hat der stelle er wollte reiten und geht rein nix da so 14 gold jetzt gleich direkt hier ist man nicht von 10 auf was geht eigentlich ist man kampf gewonnen am Arsch dieser Name ist nicht verfügbar fickt euch doch hey man jetzt weiß jetzt Pasanius am Arsch alter wie geil wie behindert kann er sein er schreibt auch noch haha alter gleich eine e-mail weil die Leuchte gleich mal angegriffen am Arsch scheiße Pils auch mal der erste übertreibt der erste übertreibt ist doch völlig oder 1 Sekunden in drinnen in der anderen vier Pilze man kann alles Krieger ja habe ich gesagt in der Schwerge und größten hier so ist also ich habe gleich eine Goldquette genommen mit 14 Gold und Juhu kann man nicht direkt angegriffen werden er ist auch gewonnen der echte wie heißen du Pasanius 9 2 ist fake wie heißen auch ich kann es nur alter diese kleinen Spastenkinder was soll das ja angegriffen und verloren Naja ich kacke ich kacke ey komm jetzt habe ich ein Silber verloren der Spast dieser mit meinen Silber so ein ja sorry egal soll ich bin ich bin ich bin Rang 110 in Rang 500 im Floor 94 Alter wenn du die ganze Zeit da aktualisierst ne Alter ich aber man das regt mir jetzt schon wieder auf ich bin Play ID die 760 ist klar ey oh mann da tausend 555 ich bin Rang 771 klar das ist doch fake ey ey das soll ich machen ja ich wurde angriffen direkt gewonnen lol gibt schon eine Gilde nicht was Hör uns Rödes weg oh ich bin Rang 200 jetzt auf einmal ich war vorher die ganze Zeit ich bin Top 100 ich bin Rang 1 scheiß da war ein Rang abfangen ganz ehrlich wenn man die ganze Zeit auf du musst mal die ganze Zeit auf Charakter klicken ey der ganze Rang erfährt sich ja das ist echt so lustig Charakter Charakter neuer oh mann ach ja ich hab ja gleich erstmal Int-Items ich hab mir erstmal oh Alter gleich 50 Gold für das eine Item hier was ich bekommen hab in der Quest ich hab ein Gold und 63 Silber ja egal das war schon mal ein richtiger Feld am Anfang ähm jedenfalls warte ich jetzt auf die Gildeneinladung aber es dauert eh ein bisschen bevor ich könnte ja ach gibt's kein Punkt gleich ja das dauert ein bisschen jetzt zu hier ein bisschen so schon yo der eine schon Level 2 bitte ich bin auch gleich Level 2 ich bin auch gleich mal rein hier sonst ey ich nehme ich auch keine Dings Alter 130 Filz rein kurz die E-Mails aktualisieren Leute drei drei Angriffe schon überlebt locker so bei der nächsten Fest löst ich da noch schon mal den Korn an wieso musst du meinen Namen fake ich hab extra gesagt ich soll das nicht machen aber naja komm wenn das auch noch extra sagt ja es gibt halt solche Spasten ist meine äh ich muss gleich mal gucken ob es schon irgendwelche Namen von mir gibt weil auf S19 war das so dass meine vergeben waren ja wohl nicht einfach nicht so gut aber da war der Anfang ein bisschen fail so ein Gold 81 äh ja ein Gold 81 alles super Pilz-Zieler Coupon 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 passt überhaupt weil er hat sich dran an was bin weil ich ja noch nicht mal den richtigen Namen habe in den Stall gucken boah das kotzt mich aber jetzt schon wieder an ey was soll so stelle und gleich den Greifendrachen geholt Alter weil er hat sich die Kampfkämpfe ich auch schon zwei Gold ich hab schon zwei zwei der zwei aber ich kann auch in der Kampf machen ich hab schon zwei Gold ich hab ein Gold und kurz ist ja ich da so so Alter was hast du für gerne auch egal ich hab wahrscheinlich um die Klasse genommen ist ja auch egal 126 Pilze Fakt man darauf habe ich gar nicht gehabt ich bin so dumm ich hab ganz vergessen wir dass die Dings wie die Loll wieder schon in die Beschreibung schreibt bester Platz 2 ist der behindert so richtig welcher bist du denn jetzt ich bin nur Passanius ey ach so Schilling hauptsächlich er ist das der echte Schilling der hier nach Quatsch der wird so mal gucken ja der richtige Schilling als ob ja 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 mein Name gibt es noch nicht stufe 2 ich glaub nicht dass er echt ist aber weiß nicht also also Alter Alron hat direkt schon mal beste Tränke drin UFRA 2 Ich auch Lass mal den ingames Sound ein bisschen leiser stellen, ey So, wie heißt denn du, Henne? Henne 17, ne? Jo, wie immer Mal gucken, wie UFRAP wir im Laden Ah, ein stärkeres Arsch Mal gucken, UFRA-Spieler LOL, UFRA-Spieler hat sich noch nicht angemeldet Gleich nur UFRA Hey man, jetzt hab ich noch ein Po eingelöst, alter Alter So viel hab ich jetzt aber da Okay, ich bin dran, 500 irgends Ich bin zufrieden Alter, die ist so dumm, ne? Wie sie einfach schon in die 220 bin ich Leute, warum seid ihr ein Po? Ich bin so auf 200 Ja, ich hab noch nicht einmal an Ich hab noch nicht einmal in der Ehrenhalle gekämpft Ich hatte gar keine Zeit Ich hab zwei 2 Gold und 17 Silber zusammen Ich wurde schon viermal angegriffen Ich wurde erst zweimal angegriffen Alter, ich gewinne alle Kämpfer, mal geil So, direkt mal aus Zauertrank rein Aber wie der erste ist direkt mal übertreibt, ne? Mit 1500 Ehre, ey Joab ist immer so Dämlich, ey So, welcher Rang hat 205? Also hab ich Glück gehabt, dass ich direkt das Gold rausgegeben hab Hab ich schon jemand angegriffen Wow, eine Quest mit 86 Gold, nice 86 Gold? Äh, Silber Alter Du bist doch so dumm, ey Der tue ich, ey Oh, Zahn spielt hier auch Das Original von S18, nice Kenn ich gar nicht Und 3 Gold Blizzard Mal sehen Wahrscheinlich nicht der echte Den kenn ich denn noch, als wir hier anfangen wollten Ich Ähh Okay Es gibt so eine Gilde? Ja, die What? Loll, One Piece Wie hat er das denn gemacht? Greif Achso Ah, dumm hey einfach nur dumm wenn sie das geld haben ja aber wie viele bilds hat er dann verschwendet ganz ehrlich ist doch egal als zwei um das geld ego ist 20 lol den gibt es echt auch nicht aber jetzt heißt so mega auch auf diesen mieten wir gibt es denn noch hier wo snipe da gibt es ja auch schon wahrscheinlich auch nicht der richtige wenn er so ein scheiß rein hier hat okay gibt es nicht gar ja ehrenhandel schrack mich dann ja wieder am skype voll es gibt kann aber schon aber der hat auch schon angefangen zu wenn es jetzt ein kanalos vor mir gibt dann ticke ich ja gar nicht wenn er sich jetzt unbedingt vor mir ach das kommt nicht welches level ist in der höchste ich bin auch level 3 hauptsache wie gammel du aussiehst ja ich kann ja nicht mein charakter erstellen gibt es ja noch arbeiten